Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Foundation. Nachdem letzte Woche ja leider mein Kanal ein bisschen brach lag, sind wir heute wieder zurück hier in Schönheim, meine lieben Freunde. Und wir sehen, es gibt offenbar ein paar Neuerungen hier bei Foundation, unter anderem ein bisschen mehr Hilfe. Ja, viele haben ja auch, zumindest habe ich viele Kommentare gelesen, die das ein bisschen bedauert haben, dass es so wenig Hilfestellungen gibt. Bis jetzt komme ich eigentlich ganz gut zurecht und werde jetzt mir nicht großartig helfen lassen. Wir spielen einfach mal hier weiter in unserem wunderschönen kleinen Dorf. Der Händler war gerade da, offenbar. Was hat er denn gemacht? Er hat offenbar 17 Mal Beeren gekauft, 7 Steine und 24 Planks. Das ist gut. Und er hat ein bisschen Tools an uns verkauft, das ist ja richtig. Das ist gut. Können wir gebrauchen. Und wir sehen schon irgendwie... Die gehen so schnell. Gingen die schon immer so schnell? Oder kommt mir das nur so vor? Es sieht so aus, als wäre es irgendwie beschleunigt. Ist es aber nicht. Kommt mir wahrscheinlich nur so vor. Weil ich jetzt länger nicht mehr gezockt habe wahrscheinlich. So, wir machen das auf 1 und schauen mal, wie es weitergeht. Wir haben ja mittlerweile zweimal hier den Steinhauer, der aus unseren Steinen eben Polished Stone macht. Also schon richtige Bausteine quasi. Und in dem hier ist sogar noch Platz für einen weiteren Steinhauer. Lass mich mal gerade die Begrifflichkeiten. Also der Steinmetz wohnt hier drin. Und der Stein... Wie nennt man die Typen denn? Hier. Ihr wisst schon. Die Gräber. Die Steingräber. Die... Leute, das kann doch nicht wahr sein. Also Steinmetz. Und... Steineklopfer. So. Wie heißt es? Steineklopfer. Ganz klar. Ähm. Da kann noch ein weiterer auch arbeiten. Müssen wir mal gucken. Haben wir da... Wir haben momentan auf jeden Fall keine freien Arbeiter. Ähm. Könnten Bilder... Könnten wir weg dirigieren. Und das machen wir jetzt auch mal. Weil die Antonia wird jetzt nochmal ein Stonecutter. So. Weil wir haben ja momentan auch nicht wirklich viele Baustellen offen. Wie sieht es hier aus? Hier sind drei von drei. Hier sind drei von drei. Also wir kriegen jetzt gerade echt viel Holz zusammen. Hier sind sogar drei Carpenter am Werk. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Und unsere Kirche ist ja auch fertig. Äh. 26 von 40 passen da momentan. Oder sind aber 27. Von 40. Sind das all unsere... Ne, wir haben 28. Ich weiß nicht, wie das... Wie das einhergeht mit allem. Oh, das ist einhergeht. Wir haben spät. Wir haben spät. Aber ich wollte für euch noch eine neue Folge aufnehmen hier. Deswegen verzeiht mir das gelegentliche Game. Ach, guck mal. Unsere Farm. Stimmt. Wir haben ja eine Farm gebaut. Ich erinnere mich. Ähm. Da sollten wir aber vielleicht auf neue Leute warten. Die dann hier unsere Farm bestellen. Und die beziehungsweise unser... Da sind sie doch schon. Joining our village. So. Ja. Gucken wir mal, wie das hier wird. Also. Unsere Kirche auf jeden Fall. Hier unser... Unser Dorfzentrum... 29? Ich weiß nicht, wie das hier berechnet wird. Tatsächlich. Priest Nun. Da ist ja nicht mal ein Priester. Kriegt man den noch? Kann ich den... Können die Priester werden? Taylor Weaver, Shepard Baker, Milner, Farmer. Ne. Können die nicht. Okay. Warten wir mal ab. Da kommt der Händler schon wieder. Kommt relativ häufig tatsächlich. Wir haben nichts gegen. Der kauft sich jetzt hier wieder ein bisschen was. Sehr gut. Und wir kriegen Geld. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Äh. Ich hätte gerne das hier auch offen. Unsere Resource List. So. Hier hinpacken. So. Besser. Was mir auch noch fehlt, ist halt so eine Angabe irgendwie. Wie viel Wasser ist hier drin? Ist es endlich? Ist es unendlich gut? Wenn es unendlich ist, dann braucht man so eine Angabe nicht wirklich. Aber ich finde es halt... Also... Ich fände es ein bisschen besser, wenn es wie gesagt... Also wenn es endlich wäre. Hier zumindest die Steine sind jetzt... Sieht zumindest so aus, als wären sie unendlich. Das wäre mir schon ein bisschen lieber irgendwie. Das macht das Ganze generischer. Aber gut. Ist halt jetzt so. Schön finde ich, wie gesagt, das mit den Trampelfaden. Die hier generiert werden. Von den Leuten. So. Und das sind unsere neun Leute. Und die werden jetzt mal schön in die Farm gehen. Zack. Da sind sie. Der Heinrich und die Wilhelmine. Die gehen jetzt nämlich mal in die Farm. Die beiden. So. Dann. Was müssen wir hier machen? Also. Machen wir das jetzt von alleine? Reset Cropfield. Nee. Gibt es dafür sowas? Farmfield. Ja. Also okay. Pass mal auf. Dann ist das ja ganz einfach. Hier. Das ist alles Farmland. Hier bis zu dieser roten Grenze. Ich denke mal, da ist es zu nah an den Bäumen vielleicht. Dass da nicht die Sonne so sehr gut hinkommt. Aber ansonsten hier. Mal bis zu dem Weg. Reicht das? Ich weiß halt auch nicht, wie viel das sein muss. Machen die jetzt über den Weg? Leute. Wir werden sehen. Ob sie überhaupt was machen. Da. Sie machen was. Die hauen hier richtig ordentlich die Saat raus. Okay. So viel Saat. So viel Saat muss sein. Okay. Da gehen sie auch schon wieder nach Hause. Kurzer Arbeitstag. Nee. Sie. Was machen sie denn da? Zehn weiter. Okay. Cool. Und der Weg ist auch offensichtlich nicht von der Saat betroffen. Das finde ich cool. So einen richtig schönen Weg durch die Felder durch. Gucken wir mal, wie das später aussieht, wenn hier was gewachsen ist. Weil noch sehen wir jetzt nicht allzu viel. Hm. Warten wir mal ab. Aber wie gesagt. Wir müssen natürlich jetzt dann auch noch andere Dinge bauen. Nämlich unter anderem eine Mühle und natürlich einen Bäcker. Was kostet die? Boah ey. Das ist so mega teuer. Allein die Mühle. Einfach mal 200 Gold. Ich meine können wir uns gerade leisten. Aber das ist ja schon viel. Das ist krass. Sollte ich das machen. Na gut. Das ist eh ja üblich. Die haben keine 200 mehr. Hm. Aber wenn wir die haben jetzt. Ich sollte die bauen einfach. Hat auch keinen Sinn jetzt zu warten. Oder wo kommen unsere Mühlen hin? Machen wir die hier hin? Ich habe keine Ahnung, was sinnvolles Placement ist. Tatsächlich. Dann sind wir ja einfach hier hin. Dann warum nicht, oder? Machen wir die hier hin. An den geraden Weg. Vielleicht werden es ja noch mehr Mühlen. Dann ist hier unsere Mühlstraße. Zack. Okay, dann haben wir unsere Bilder jetzt mal wenigstens auch mal wieder was zu tun. So, der, ähm, der gute Händler war wieder da. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hier wächst. Tatsächlich. Im Plan. Wir werden das im Auge behalten. Hier haben wir die Mühle schon mal. Dann ist die Frage, vielleicht sollten wir auch noch einen, weil man das ja nicht braucht, ne? So, wenn wir handeln wollen, dann braucht man ein weiteres Warehouse, wenn ich das richtig sehe. Sonst wird alles ja auch in den Fingern selber gelagert, soweit ich das jetzt gesehen habe. Ist hier was gewachsen? Das passt irgendwie ein bisschen größer aus. Naja. Auf jeden Fall, okay, der ist da irgendwo in der Luft. Also ist noch nicht alles unendlich perfekt hier. Ein bisschen, ein bisschen buggy muss es schon noch sein auch. Darf es auch, darf es auch. Oh, jetzt ist aber hier gelber geworden. Jetzt sieht das doch hier schon mehr nach Feld aus. Gucken wir mal. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, da sind sie an den Büschen. Da sind sie an den Büschen, mein lieber Scholli. Ähm, wie viel ist denn jetzt hier drin, 16 hier? Das ist immer noch wenig. Ich hätte gerne noch mehr. Noch mehr Berries. Dann wäre ich noch irgendwo im zweiten Berry-Busch hier unten. Ne, das sind ja keine Berry. Was sind das? Sieht aus wie ein Kupfer vielleicht oder sowas. Hier sind noch Berries. Hier sind Berries. Das sind aber zu weit. Das sollte, ich denke mal, dass hier vielleicht noch jemand, noch weitere dran können, oder? Warum nicht? Warum nicht? Sollen wir noch so ein, sollen wir noch einen Gathering Hut bauen? Kostet ja nichts. Schöne Getty Hut hier. Direkt daneben. Ach komm, warum nicht? Warum nicht? Ah, guck mal die Felder hier. Ah, geil, die werden richtig groß. Ah, hier, das ist richtig schön mit dem Feldweg. Das gefällt mir. Sehr schick. Und zwei neue Villager, sehr gut. Wir können hier eigentlich drin arbeiten. Drei. Okay, ist nur die Frage, ob man noch drei braucht. Weil momentan haben wir nur eine Windmühle, wenn die denn mal irgendwann fertig werden würde. Und wir brauchen dann, wie gesagt, auch weitere Bärenpflücker. Das ist Gatherer eigentlich. Einfach nur Sammler, ne? Sammeln. Sammeln. Ich überlege auch tatsächlich vielleicht noch einen Carpenter zu bauen, um mehr Planken zu generieren. Weil wir haben echt viel Holz. Und Planken geben wenigstens Geld. Kann man auch machen. Was ist denn diese blöde Karten dahin? Formel? Ist das die Formel? Ja. Formel. Haben wir kein Geld für. Was ist denn nicht 100? Die ist gar nicht mal so billig. Hm. Es ist halt schade, dass das zum Beispiel, wenn wir den Friedrich anklicken, mit den Leveln. Das hat noch überhaupt keine Auswirkung irgendwie. Das wird dann wahrscheinlich irgendwann mal implementiert. Da bin ich gespannt drauf. So, der Händler ist auch wieder am Start. Der kauft jetzt hier erstens zu wenig Berries. Ganz ehrlich. Da könnte man mehr herstellen. Er kauft jetzt 11 Berries. 10 mal Stein. 14 mal Planken. Zack. Na immerhin. Ich würde sagen, wir bauen jetzt noch ne Sawmill. Hier hin. Why not? Da kann ich ja nicht drehen. Ah, jetzt. Machen wir hier noch ne Sawmill hin. Okay. Gathering hat. Ist schon komplett. Sehr gut. Dann würde ich sagen, dass die beiden, die jetzt gekommen sind, erst mal Gatherer werden. Forager. Der Huns. So. Dann kriegen wir jetzt hier mehr Berries erst mal an den Start. Die Farmer. Lass ich jetzt nicht, was sie machen. Das sieht schon irgendwie relativ fertig aus. Hier ein schönes Fältchen. Das ist schon schick. Das muss man mal sagen. Das ist echt so ein Siedler. Man fühlt sich wie bei Siedler nur in schick. Irgendwie. Oder? Die Farmer haben ja irgendwie nicht so viel zu tun. Die müssen das einmal säen und dann irgendwann ernten offenbar. Da wird auch ein neues Haus gebaut. Unsere Kirche hier. Hier habe ich noch mal die Residential Zone. Die habe ich freigelassen, falls da noch irgendwelche anderen Gebäude für den Ortskern hin müssen. Das ist eigentlich Verbitten Land. Wenn ich jetzt sagen würde, hier das Verbitten Land, würden wir ja trotzdem durchrennen. Keine Ahnung. Ich versuch's lieber nicht. So, wir kriegen jetzt auf jeden Fall hoffe ich mal mehr Berries. Und vielleicht Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht einen Farmer weniger machen sollte. Und dafür einen Gatherer mehr. Machen wir jetzt mal. So, da ist die Wilhelmine schon. Das heißt, alle drei Hütten sind hier komplett voll. Und da sind sie hier an den Büschen. Das sind sogar übereinander sind sie hier am Beerenpflücken. Gefällt mir. Das muss auch sein. Das muss auch sein. So, jetzt haben wir nur einen Farmer. Boah, der braucht. Aber gut, der baut hier gerade jetzt das Haus. Warum? Das ist denen scheißegal, ne? Die bauen das irgendwie nach. Ich glaube, man kann ja hier sagen, hier priorisieren. Dann würde er das bauen. Aber sonst gehen die, glaube ich, nach der Entfernung einfach. Auch die Baustelle hier liegt nah von meinem Zuhause aus. Und dann gehe ich halt zu der, würde ich sagen. Ich glaube, das ist so das Ziel. Aber okay. Was sagt die Kirche? 23. Sie werden ungläubiger. Sie werden ungläubiger. Und das völlig zu Recht, meine lieben Freunde. Völlig zu Recht. So. Ja, jetzt ist hier mehr. Jetzt wird es hier langsam mehr. Leute. So will ich das. Ja, jetzt hat er hier mal... Ich glaube, er hat trotzdem nicht so viel Geld. Leute, wie kommen wir denn jetzt bitte an Geld? Wir brauchen eine scheiß Bäckerei. Das wird aber witzig. Wäre hier genug Zeug? Ja, der hat genug Zeug. Je mehr Einwohner, desto mehr verkauft er doch auch. Was kosten mich die Einwohner? Die kosten mich nichts, oder? Das heißt, je mehr Einwohner ich habe, desto mehr Geld machen wir. Ohne das, was dazu kommt. Außer ich baue eben Gebäude. Ah, die Windmühle ist fertig. Sehr gut. Jetzt brauchen wir natürlich hier Milner. Äh, Gott. Also kommen jetzt erst mal zwei neue Figuren. Da, 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 da. Das erste Heu. Da ist es. Fünf Weed. Sehr gut. Okay. Hm. Das heißt, wir machen jetzt, die beiden, die jetzt kommen, da wird jetzt einer Milner und einer wird Carpenter, wenn das fertig ist, glaube ich. Oder so am sinnvollsten. Elisabeth, du wirst Carpenter und Henry wird Milner. So, dann schauen wir mal, ob wir schon Mehl bekommen. Händler. Yeah. Das gab wieder ein bisschen Money hier. So, die Sommel ist fertig. Das heißt, da müsst ihr jetzt eigentlich Elisabeth rein. Ja, ist sie. Sehr schön. Und hier haben wir neunmal Weed. Und Henry ist noch nicht in seiner Mühle angekommen. Der muss erst mal sein neues Zuhause checken. Die Häuser sind geil, oder? Hier so mitten in den Bäumen drin. Einfach mega schön. Das wäre so mein Haus hier. Sehr schön. Da. Die Windmühle dreht sich. Henry ist da. Und hat schon achtmal Korn angefordert hier. Und da ist das erste Mehl. Sehr gut. So will ich das haben. Okay. Das ist gut. Jetzt brauchen wir müssen wir halt irgendwie sehen, dass wir die Bäckerei an den Start bekommen. Ist trotzdem verwunderlich. Eigentlich, also zumindest was mir jetzt so ich weiß halt nicht, wie das in Zukunft wird mit den Gebäuden. Aber so ist es relativ einfach, glaube ich, plus zu machen, oder? Man kann sich eigentlich nicht verdatteln hier. Wüsste ich jedenfalls nicht wie. Also zumindest was jetzt Gold angeht. Vielleicht kann man sie noch anders machen. Ich meine, wir hatten schon tausend Minus durch die zehn Fische, die wir ja immer noch haben, Fragezeichen. Wo sind unsere zehn Fische, Leute? Die habe ich für teuer Geld erstanden. Wo sind die? Warum sind die hier nicht ausgeführt? Habe ich die wieder verkauft? Sind die hier drin? Nein. Hey, Leute. Habt ihr mir meine zehn Fische geklaut, oder was? Wo sind die? Habe ich die verkauft? Habe ich die gegessen? Habe ich die am Markt angeboten? Habe ich mir die zehn Fischen gemacht? Ich habe überhaupt keinen Plan. Scheiße, wir hatten gerade 300 für die... Na, egal. Hey, was? Gibt mich dämlich? Hier sind doch keine Fische. So eine Scheiße. Die sind weg. Keiner weiß wo. Naja, die kann ich jetzt auch nicht ändern. Aber wir haben jetzt gleich 300. Gibt mir mal 300 jetzt. Da. So. Dann bauen wir nämlich jetzt die Bäckerei. Jetzt reicht's. Wo kommt die Bäckerei hin? Scheiße. Kacke. Was hat uns denn jetzt so viel Geld abgezogen? Ah. Okay, wir haben keine 300 mehr. Aber wenn wir sie denn bauen würden, wo sollen wir die hinbauen? Die Bäckerei. Hier, an unserer Handwerksroute. Die fände ich ganz geil. Ja, hier würde ich sie hinbauen. Finde ich ganz gut. Ist das vorne und das ist hinten? Oder so rum oder so rum? Ja, schon so rum. Ja, da brauchen wir sie hin. Aber dafür brauchen wir erstmal wieder 300. Tja, war keine Ahnung. Vielleicht haben die die 10 Fisch einfach gegessen. Ah. Ja, was wollen die? Ah, hier. Fisch. Machen wir nicht. Hab keinen Fisch. Gibt's nicht. So, da kommen zwei neue. Da kommen zwei neue. Was machen wir mit denen? Was machen wir mit denen? Die machen... Was machen wir? Ich glaube, Carpenter wäre ganz geil. Und Milner. Dann haben wir schon mal zwei in der Mühle. Oder nicht? Oh mein Gott. Wobei, der hat da 15 drin. So ist es jetzt nicht. Oh, da kommt der Händler. Kriegen wir jetzt die 300? Yes. Bakery. Zack. Da ist sie. Bam. Unser teuerstes Gebäude bislang. Übrigens ist die Folge zu Ende. Ja, Leute. Wir haben uns wieder weiterentwickelt. Die Windmühle ist da. Die Bäckerei wird gebaut. Hier ist ein neues Gebäude. Da ist ein neues Gebäude. Wir sind auf jeden Fall gut dabei, würde ich sagen. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Macht es gut. Unser Dorf wächst und gedeiht. Schönheim wird schöner und schöner. Und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hier bei Foundation. Euer Brilli. Ich guckst. Tschüss. Das war's.